Hallo da draußen, hier ist euer Little Game Rabbit. Wir spielen eine weitere Runde Valahalla Hills. Ich bin immer noch daran, die größte Karte freizuschalten. Dafür müssen wir noch zwei Karten gewinnen. Deswegen starten wir eine neue Karte. Ja, ich bin eine neue Karte steuer. Nein, Standard. Ich nehme wieder die kleinste aller Karten. Mach die ein bisschen breiter, ganz leicht breiter. Werktyp normal. Okay, wenn ich Würfeln... okay. Ich hab eigentlich gedacht, dass ich dann an anderen Karten gucke komme. Nein, ich will auch keine Werkzwerge. Ich will einfach die größte Karte freischalten. Und fang jetzt an. Noch zwei Karten muss ich spielen. Und los. Oh, so ein Kühe. Das werde ich auch bis jetzt selten. So, ist doch schön. Hier könnte ich Holzfäller machen und dort Steine abbauen. Gut, dann fangen wir doch an. Wir brauchen erstmal hier ein Holzfäller und hier ein Steinbuch. Nicht ganz so dicht dran. Da hinten sind Bären. Da ist ein Portal. Ja, sieht alles gut aus. Machen wir die ganze Sache ein bisschen schneller. Los, Hase. So, in der erste Reihe setzen wir auch hier hin. Und dann noch ein Holzfäller da drunter. Ja. Ein Werkzeugmacher. Und die brauchen natürlich auch irgendwo was zum Schlafen. Aber dafür brauche ich erst ein Seegemüde. So. Aber ich kann schon mal ein kleines Haus bauen. Ja, ja, ja. Ein Wohnzelt. Kann ich... Okay, mach mal Blitze Platz. Ist nicht schlimm. Ja. Ich brauche Hämmer. Äxte. Angeln. Versperren. Und was ist das erste? Natürlich, ich habe keine Leute mit zum Bauen. Also erstmal wichtig, dass das bunte Deck geht. Und dann die Seegemühle. Und dann kann ich halt ein Großlager bauen. Das Großlager braucht halt Planken. Dafür brauche ich die Seegemühle. So. Hören wir nochmal die Geschwindigkeit. Und ich kann auch direkt ein Wohnhaus hinbauen. Und zwar... Hier. Und natürlich... Ähm... Wo bin ich noch ein Jäger hin? Für die Kühe. Und ein... Wo sind sie denn? Hm, hab ich die jetzt übersehen? Da, Fischer. Noch keine Straßen. Ist doch nicht schlimm. So. Jetzt erstmal warten, bis alles fertig gebaut ist. Sonst... Der hat hier genug Steinen im Einkluss. Ja. Ja. Ich könnte auch schon mal hier Straßen bauen für den auf jeden Fall. Damit der an alle Steine dran kommt. So. So. Kommt der auf jeden Fall an alle Steine dran. Der Holzfüller... Ähm... ist auch hier. So. Ja. Ich kann jetzt langsam mal alles verbinden. denn auf Straßen läuft es sich besser. So. In der Försterei brauche ich meine Leute. Ich guck mal mal. Ob eine Försterei für zwei Holzfüller ausreicht. Ich denke nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Ich brauche die Reisung ab. Dann kann ich hier gleich noch was hinbauen. Ja. Abweißen. Okay. Ja. Dann brauche ich noch einen Geologen. Vielleicht bin ich hier wie Bruchstein oder Kohle. Ja. Geht nur nicht zu nah an die Bergen rein. Jäger. Großlager. Wohne. Ja. Die Wohnungsfälle ist echt schön. Noch einen zweiten Fischer. Und zwar... ...und zwar... ...und zwar... ...hier. Wir brauchen doch irgendjemanden. Aber... ...m. 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 Ich muss hier auch Brot bauen. Weil ich will den Buschleinig machen. Ich... Also die Büsche sind eine verdammt gute Ressource am Anfang. für Nahrung. So... ...hier hinten will ich alles... ...ähm... ...weck haben mit den Bäumen. Deswegen setze ich hier ein Holzfälle hin. Äh... Geht leider nicht so schön wie bei... Äh... Siedler. Das Abholzen. Wobei das auch schon eine Weile dauert, aber... ...hämmer fehlen mir. Okay... ...dann hol ich noch mal ein paar Hämmer. So... Wo ist mein Geologe? Wieso macht er hier nichts? Ja, wir haben schon die ersten Hunger. Deswegen muss ich mich direkt gleich an die Arbeitsmittel... ...Anbau machen. Hier habe ich ein schönes Gebiet, wo ich das machen kann. Das war schon Bruchstein. Das heißt, ich könnte da eine... Wo haben wir dich? Eine Mine hinsetzen. Oder auch nicht. Da auch noch nicht, weil die Steine noch im Weg sind. Okay... Ähm... Hier unten kann ich keine Wohnnötte hinsetzen. Da könnte ich eine hinsetzen. Aber Wohnzelt kann ich da mit Sicherheit hinsetzen, wollte ich sagen. Machen wir direkt zwei hier hin. Und den Geologen, den packen wir über Seite. Na, komm. Ach da. Lager ist fertig. Schön. Ja, ja. Ich brauche ja noch zwei kleine Wohnhäuser. Ich habe einen arbeitslosen Wikinger, den muss reichen. Weiß gleich habe ich keinen mehr. Mh... 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 Da kommt die Bäckerei und die Mühle ist natürlich im Roten und Weich gebaut und deshalb nicht so toll, was die Materialien betrifft. Die werden da einiges an Material für benötigen, da kann ich nichts hinnehmen, aber es ist okay. Schöne, schöne, schön viele Wege. So, ich habe hier ein Kölngebot. So, schön noch da. So. Oh, Golderz. Oh, kann ich da... Eine Mine ansatz, ich glaube nicht. Mine, nein. Deswegen... Oh, das muss unbedingt da weggeräumt werden. Steinbruch. Hier muss unbedingt alles weggeräumt werden. Kohle ist für die Bäckerei gut, also baue ich da doch mal eine Mine. Ah, sieht so aus, wenn der Purse hat, der zwei Häuser reichen würde. Ich habe auch noch genug. Ich habe auch noch genug. Ähm... Wikinger übrig. So, äh, genau, ich brauche glaube ich noch einen Brunnen. Produktion, Brunnen, 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 wo kann ich einen Brunnen gut bauen? Hier kann ich auch da direkt in die Straße setzen. So, zum Brunnen und...